Hallo Kinder! Na, ist das nicht ein Wahnsinnswetter? So kalt und so viel Schnee? Irre! Ich hoffe, ihr hattet mit dem Schnee in der letzten Woche viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch auch immer schön warm angezogen. Viele Grüße übrigens, soll ich sagen, von Nio und von Gulliver. Die dürfen jetzt nämlich auch nur noch mit Jacke raus. Ja, und mir hat es auch gut gefallen. Allerdings finde ich es ein bisschen blöd, dass ich jetzt im Moment gar nicht schwimmen kann. Der Fluss ist nämlich fast ganz gefroren. Ich habe mal versucht, mich durchs Eis zu fressen. Hat nicht so ganz geklappt, ich bin ehrlich. Glaubt ihr nicht? Habe ich gemacht. Könnt ihr gleich im Video sehen. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Eure Hermine. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.